So, jetzt noch eine Minute bis zum Probe-Alarm 2022, haben jetzt genau 10.59 Uhr, da gehen schon, ah, alles klar. Kommen Sie da weg, das wird jetzt laut für den Hund. Keine, das ist nur eine Probe, das wird jetzt laut. Nein, nein, okay. Achtung, wird jetzt laut. Wird jetzt laut. Gut. Wird jetzt laut. 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 Wird 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 laut. Kann man auch nicht abschalten. Ah, doch, kann man abschalten. Gott sei Dank, konnte man das jetzt mal abschalten. Das ist ja nervig. Auf jeden Fall, das Zell-Rollcast funktioniert. Also für alle eine kleine Info am Rande, der Zell-Rollcast funktioniert. Und auch ohne Handy-Guthaben, wollte ich euch auch nochmal gesagt haben am Ding. Jetzt gleich in fünf Minuten müsste eigentlich Warnung kommen. Warnung der Bevölkerung. Fünf nach müsste eigentlich jetzt direkt der nächste Alarm kommen. Warnung der Bevölkerung. Gibt es ja ein paar Probleme. Möhe. Möhe. Vielen Dank. Startprobleme. Jetzt ist alles ruhig. 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 Ich wollte eigentlich... Okay. Also... Jetzt ist... Jetzt ist... Jetzt... Jetzt ist... Jetzt... 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 Jetzt...